Hallo und herzlich willkommen zur Wochenschau Spezial zum Thema, richtig Stoppelmarkt. Ursprünglich wollte ich jetzt sogar eine normale Wochenschau machen. Keine Ahnung, wie ich diese Idee haben konnte. Es dreht sich natürlich alles um den Stoppelmarkt. Der 719. ist es mittlerweile und wir haben für euch den Umzug live übertragen. Es gibt gleich noch ein paar Ausschnitte, ein paar Impressionen. Wem das nicht reicht, der kann wie gesagt den kompletten Umzug noch einmal anschauen auf der Facebook-Seite der UV. Wir sind natürlich in den nächsten Tagen für euch vor Ort. Berichten von allen Highlights vom Stoppelmarkt 2017 und Partyfotos wird es auch wieder geben. Die findet ihr dann ebenfalls auf der Facebook-Seite der UV oder eben auch auf unserer Homepage www.oldenburgischer-volkszeitung.de. Ich wünsche im Namen der UV euch allen ganz viel Spaß auf dem Stoppelmarkt. Feiert schön, habt gute Laune, gutes Wetter hoffentlich und wir sehen uns dann bald frisch und munter wieder. Wir sehen uns dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020